Servus liebe Wollofocraft Freunde, willkommen zurück zu neuen News auf meinem Kanal. Wir haben ein Development Update von Blizzard bekommen, sprich ein Update zum aktuellen Stand von WoW, sprich Classic, Burning Crusade Classic und Shadowlands und darum geht es, oder darin geht es um Updates zum Thema neue Inhalte. Das Ganze wollen wir uns direkt mal ansehen und wir starten rein. Zunächst haben wir eine mehr oder weniger standardmäßige Einleitung, wo es darum geht, dass dieses Update dabei helfen soll, zu sehen, wo steht WoW gerade, was kommt als nächstes und es geht los mit dem Update für Burning Crusade Classic, dann spricht Blizzard an Verbesserungen für 9.1.5 und so weiter und so fort. Kommen wir also zu den einzelnen Punkten. Wir haben neue Raids in Burning Crusade Classic. Wir bekommen neue Fraktionen, Okrela, Shatari und so weiter und so fort, neue Daily Quests und Belohnungen. Dazu gibt es tatsächlich Gildenbanken und den neuen Gruppensuch-Tool und dazu gehen zwei neue Raids an den Start. Einmal Lady Varsch wartet auf uns, um bezwungen zu werden und dann haben wir noch den ersten Raid mit Keltas in der Scherbenwelt und ihr hattet schon vorher die Möglichkeit, die Attunements, beziehungsweise die Bedingungen zu erfüllen, um diese Raids betreten zu können. Wer das noch nicht erledigt hat, hier gibt es dann auch ein Guide, wie das funktioniert. Es wird die zweite Arena Season von Burning Crusade Classic gestartet und ja, das wäre es grundsätzlich mit den wichtigsten Updates. Sprich, wir haben zwei neue Raids plus neue Arena Season. Die meisten dürften gespannt sein, was Shadowlands bringt, 9.1.5. Leider wird hier nicht genannt, wann das Update letzten Endes erscheint. Finde ich sehr schade, dass man dazu nichts, kein Wort verliert. Kam dann zwar recht schnell auf den PTR, der gute Patch, aber ja, seitdem sind wir auch noch nicht viel schlauer. Hier schreiben sie erstmal nur, dass sie ein paar Hotfixes eingespielt haben für 9.1.5, dass zum Beispiel die Conduit Energy, die Medienenergie schneller gereckt wird pro Tag und so weiter und so fort, dass wohl innerhalb dieser Woche mehr von diesen Änderungen auf dem PTR auch live gehen werden. Mal schauen, was das dann sein wird. Dazu haben sie zu den 9.1.5 Changes noch geschrieben, die wichtigsten Sachen quasi, dass die Splitter der Herrschaft öfter droppen, dass man mehr Seelenglut in Torgas bekommt, beziehungsweise von allen Aktivitäten, die das gewährt haben. Wenn ihr auf Ruhmstufe 80 seid, könnt ihr mit anderen Chars über ein Item direkt auf Ruhmstufe 40 springen. Ihr könnt von der cortischen Ausrüstung jetzt Gear für spezifische Slots kaufen. Ihr könnt das Dämonic Gateway zukünftig einfacher usen mithilfe von einem Item. Customization-Optionen einige für mehrere Rassen. Das wird uns alles erwarten. Dazu gibt es hier nochmal ein Update zu Torgas. Es wird kein Weekly Cap mehr geben für Seelenasche und Seelenglut. Ihr könnt jetzt jeden Wing so oft gehen quasi wie ihr wollt und bekommt die volle Währung an Seelenasche und der Seelenglut für jeden Run. Und gleichzeitig schreibt Blizzard auch noch, dass es in die zweite oder dass die neue MDI Season kommen wird. Ab dem 17. bis 19. September geht es da los. Und dazu noch This Week in Shadowlands, was diese Woche so ansteht. Wir haben ein paar kleinere Feiertage und das Braufest kommt zurück. Wer also gerne Bier trinkt und das in World of Warcraft fortsetzen möchte, hat die Möglichkeit dazu. Aufregend, aufregend. Ja, wer darauf Bock hat, kann das jetzt tun. Ansonsten, ja, als ich gelesen habe, dass es ein neues Entwickler-Update gibt, muss ich sagen, hatte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Schade, dass da nicht die richtig dicken Insights kommen. Aber gut, warten wir mal ab. Vielleicht passiert da noch was. Ich hoffe es zumindest. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal.